Weg zu uns Wieso die Waffe von... Frost Mega heftig Schein der dauernd Oh shit Lass mich doch auch ein Mann Das war glaube ich das schnellste E-Song Guck Boah gar nicht so mit Granate zu werden Was was gibt jetzt? Ich habe jetzt so einen heftigen Headshot gegeben ne? Hast du das gesehen? Ich dachte ich war gerade so lange am überlegen ob das eines von uns ist ne? Moment, mach das nicht wenn das einer von uns ist Hä? Hä? Rago ich konnte gerade Clash auswählen Hä? Hä? Warte mach nochmal Ich kann Mira auswählen Warum? Siehst du das? Hast du Mira gekauft? Nein! Ich habe auch Clash nicht gekauft Hä? Okay Hä? Das sind Barrikade Fick dich Arschloch Nächstes Blitz Hago Noch weiterlaufen weiterlaufen Hier? Warte ich Timo? Ich habe dich getötet weil du davor gelaufen bist Ich habe einfach auf ihn geschossen aber Guck du was Du bist irgendwie genau mit mir gelaufen Ja! Junge Junge Komm einmal Kannst du wohl mal normal sagen Also Rago ist da nicht Rago ist da nicht sehr tief vorgelaufen Okay? Nein! Natürlich nicht aber das ist passiert So ich schieße auf ihn Rago kommt Ich gehe nach rechts Rago geht nach rechts Ich gehe nach links So Was soll ich da anders machen? Du hättest ja auch einfach links an dem Türrahmen hängen bleiben können Ja du bist doch noch links gelaufen Ich weiß ja nicht warum du nicht Ich weiß ja nicht warum du wieder rüber zur Bombe gelaufen bist Zum Defuser Was? Ich weiß ja nicht warum So und Riebeweiß? Hurt Singo Ich habe dich aber nicht weil du da vorken gelaufen bist Ich habe einfach auf ihn geschossen aber Guck du warst, du bist irgendwie genau mit mir gelaufen Ash geht außen rum Ash ist beim Loch Er hat gesch- ist durch Noch anderen Termine Was? Hast du das gesehen? Ja Oh Oh Ich glaub der ist schon durchgelaufen Ich bin so aced Nee gar nicht hier Wie viel, wie viel hunde? 0-0 steht's Gut dass ihr mich wieder mal gefragt habt Gut dass du einfach immer perfekt kommst Ja fragt einfach mal nach Ich war nämlich schon ne halbe Minute im PC vorher Achja Hättet ihr gefragt, ne? Spiel doch lieber dein Rocket Leech da Wie heißt das? Rocket Leech Ah, äh kann ich nicht Was ist das? Ich mein die Leech ist ne Metapher für dich heard ja mmm shit Rocket Le warning Rocket Leech Erst ne Richtiger Kraken Also ich bin ich aber am meisten gemacht Ich hab ja auch geplantet und n Kill gemacht und da und hier Ja ja stimmt ja und ja ich muss das gewinnen ja mann ich brauche die punkte man die xp ich brauche die level ups ich brauche die level ups komm rein wie gerne sie das angehört jungen das ist so unlogisch das ist wirklich richtig unlogisch das ist gar nicht in meine richtung und ich habe mir kassiert wie geht das denn ich habe eine drohne ich höre was ich habe hier das abseilgeräusch die ganze zeit vielleicht ist das auf der letzte runde eine drohne genau bei diesem fenster ja rechts rechts vor der rechts warte warum löschst du mich eigentlich schon wieder so die sind schon im bomben spot bei mir bei mir ist geflasht ich habe ich habe gar keine ahnung oder war ich Und in der Sekunde war es auch schon zu spät Halt! Guck! Guck, Kaku! Links Hinten wir noch einer? Raus nach oben, ich hab keinen Oh mein Gott, da ist oben offen, man! Ich hab keinen Bock mehr Letzte Wunde waren die da auf Ja, soll ich das riechen? Keine Ahnung, weiß ich doch nicht Ist die letzte Wunde da war oder sie jetzt wieder da war? Ja, beides Ich bin letzte irgendwo durchgestorben, aber keine Ahnung wo Ich bin noch nicht Der Jekyll, alter Er schießt halt die Wilde und fällt noch auf der Auf Scheize, brrrrrr Er läuft rückwärts runter Ja, ist easy Soll ich die mal erschrecken? Hilfe? Ja Tod Help me for the night Warte, du bist eine einzige Maschine Ich bin runter gefallen Mach das zu Oh Gott Machst du das Lager? JIT NEIN Ich hab 30 Minuten Strafe gekriegt Timo, ich schwöre, es ist Zufall Timo Was? Oh Gott Oh Gott Ja, war wohl ob hier Geil Also du weißt, wen du spielen musst, ne? Ne Ne Ne, ist richtig Ne, ist richtig Ist richtig Ha? Ist richtig Das? Was? Nein, hallo, du warst schon richtig Wie kann man denn zu dumm sein? Wie kann man denn zu dumm sein? Mann Ich weiß noch nicht was die Sache ist, man Ich dachte das wäre auch schwer Mir ist alles richtig Mir ist alles richtig Nein, ich hab niemanden angeklickt Ja, ist richtig Hä, du hattest Clash ausgewählt Nein, ich hab niemanden ausgewählt Du hattest Clash ausgewählt Erst hatte ich niemanden ausgewählt Timo, ich hab extra Was war das? 1 auf 10 Ich dachte aus dem Westen Ich dachte aus dem Westen Jungs Süden, Süden, Ost Keine Ahnung Da, wo die sterben Fuck Oh, ich hab mal hier Mann Hä? Bin ich durch die Explosion gestorben oder was? Ne, da hat er nicht abgeschossen ja wir sind Unwurter jen Ich frage denn Ich brauche ich würde jemanden sehen wollen, bitte Deswegen Bano Ich rauuche ich würde jemanden sehen wollen, bitte Ich rauuche ich würde jemanden sehen wollen, bitte Hast du das, hast du den Backrad auch gehabt? So, dann wollen wir mal den ein neues Arschloch aufreißen, ha? Ich habe eine gemästert. Was? Ah, viel Spaß. Wo sind die denn? Oh, da hinten links, hinten rechts, Auto. Kann jetzt überall sein, war beim Auto. Ich habe 5 Kills gemacht. 2 mit Pistole. Wo waren die alle? 10-0. 10-0. 11,98. Allein der VYgil, ne? Ne. Oh mein Gott! Bin gleich toh! Und? Wann gepingt? Wann ist es ja zauber... Wah, nice, Alter. Ich hab seine Waffe durch, den ich es gesehen Jaja, ich schnauze Oder? Einer bei A Am Boxsack Ich hab mal Ich hab mal noch bei A Am Boxen NEIN Komm, wir haben den Spot Oh, F*** Ist so wunderschön Ich steck dir mit der Drohne fest Junge, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Man, ey Ich verstehe das Oh Auf Shit, Junge GG Äh, ich glaub da hat nicht viel Rechts, man oben rechts Bissi AH Aber der liegt mir Richtig schön in der Backfahrt weggegeben Ja, trotzdem Ja, war ich den einen Doppel Nein, war ich da Du hast ihn umgedaunt Ja, hab ich doch auch Habe ich doch schon gesagt Ja, ich seh das nicht, wenn du tust Habe ich doch schon gesagt Ja, ich seh das nicht, wenn du tust Ja, ich seh das nicht, wenn du tust Ja, ich seh das nicht Doch, hab ich Ja Kannst du nochmal anrufen Yes, Sir Und es Klingelt Geh mal links rein Nein Yes Niemand Hab ihn Komm runter Oder? Ne, auf dieser Etage, ne? Scheiße Nicht Unten Nein Mann, Alter, er liegt im Weg Sehr schön Alter Alter, wie? Und wo hast du denn ihre Falle gesetzt? Fick dich, Alter Ja 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 Bei der Falle gesetzt sind zwei Ja Bei der Falle gesetzt sind zwei Oh Ich habe ihn nicht Ich bin nur ein Mann, Alter Was ist das? Ich habe es noch was mit dem ach Junge was geht mit dir ab, Alter weißt du das? ich werde das mal fett von Döcke gehen ab von wo kam das? ich bin tot oah er sitzt da, man ja und wer kriegt denn, du du presst mir den arsch direkt ins gesicht huaah huih hup oh man pingelt Na tot man Ich kann auch mehr Ich hab zwei Clits gemacht, aber alles gut Ne man, ich hab kein Kill gemacht Oh, drei Clits gemacht, alles gut Komm, jetzt kill ich alle mit Pistol Ich hab Virus Gehst du? Ich hab Virus noch irgendwo Bei der Wendeltreppe war's Oh, Bärenfalle, pass auf Ja, ja Oh, eins geht uns Echt? Wir an der Treppe, kommt auch Oh, war's schön Hä? Gecapt Was, wie denn? Achso HALF HP Carrier ist HALF 15 Sekunden Wir müssen gehen Op 4, LAST OP ständig Nice, 3 sind der Troffer LAST OP Operator ständig 5 Sekunden left Uff 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 Timokok, 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 Timokok Äh, ja Ja, ja Ja, ja Warte Drei 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 Zwei Drei Die nicht zu nah an dich ran kommen Das ist Woh Daja Tschööööööööö segundo Hals Hast du alles gesehen, Hast du kenn 팟 Ja, Mann, hab eh Der letzte Wie lange du da hingeguckt hast, ne? Wie schnell warst du denn auf meinem Kopf jetzt schon wieder? Ach komm! Ey, das macht doch keinen Spaß gegen dich zu spielen. Ach, easy! Warst du eigentlich schon wieder die schwarze Uniform? Fuck mich doch einfach. Alles vorher hast du, die schwarze Uniform, wie Frost. Alles? Nein, Alter! Warum killst du mich insto mit nem Endshot? Ich weiß nicht. Warum bist du da überhaupt, Raku? Weil ich über ne Luke reingehen wollte. Wusstest du, dass ich da bin? Nein! Ich hab doch mega lange nicht reagiert. Mega lange nicht reagiert? Junge, du hast mir grad instant ein Headshot gegeben. Hör auf zu flunkern! Junge, ich hab richtig lange noch umgeschaut. Du hast mir instant ein Headshot gegeben, Raku. Mit dem allerersten Schuss, der direkt in meine dreckige Kackfresse geht. Ging. Ging. Weißt du eigentlich, wie wild sowas tut? Ich denke nämlich, du weißt sowas nicht. Vielleicht was ich das hole. Vielleicht lass ich das holen. Du könntest mir jetzt bitte nicht instant ein Headshot geben. wenn du von da kommst doch mache ich ich drücke den internet schon wieder wie du bist so lange bitte nicht einfach sterben jetzt erst mal chill, ja? so ist der auch noch eine? hast du instant die beine breit gemacht Timo, kannst du jetzt mal bitte aufhören mit diesem Sprengfallen? wenn du sonst nichts drauf hast im leben, ne? dann hör auf immer nur durch diese ulti gewinnt zu wollen man macht doch erst mal verdien doch erst mal ein bisschen geld in deinem leben, alter lern doch mal irgendetwas mach doch mal Geld, ha? mach doch mal Geld, ha? war gut mach das, komm raus mach das, komm raus mach das, mach das, komm raus mach das, mach das, mach das mach das, mach das komm hier, ich verpiss dich da ist auch nur Handlung BAM! Headshot 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 BAM! so, war es ja bei dir? Ja, glaub ich schon. Okay. Piek aber nie wieder bei dem. Macht das natürlich viel leichter. Ja. Ich versteck mich einfach in der Geisel. Drohne, komm. Er sieht, wo du bist. Er weiß, wo du bist. Ja, weiß das nicht. Okay. Komm, finde seinen Körper. Nein, genau dann, Alter. Ja, ich könnte heulen. Oh, Timo. Oh, ich passe es wirklich voll, Mann. Ah. Ah, was? Wasser. Frost, Achtung. Ja, ja. Schau von unten an. Noch einer. Nice. Nice. Dann musste ich jetzt einfach mal den Goofy machen, Mann. Na? Auf. Das... Ich hab dich gemessert. Guck dir... Hä? Das war so knapp, ne? Das war so knapp, ne? Au, au, au. Ach. Verhustest du nur durch deinen Smoke, Alter. Ich höre nur so... Ach so. Ich find das so geil, wie wir fliegen. Oh, feie. Nein! Aaaaah! 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 Wuh! Wau! Aaaaah! Fuck off, Alter! Kamera bitte, checken. Oben sind zwei. Kapital ist noch ganz hoch. Klappen aus. Bitte Kamera checken. Mach ich. Aaaaah! 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 Satcha war links, wo er gleich geht. Oh, ich bin so gut, ey. Oh shit, Alter. Oh Gott, Alter. Ja! Ja! Nein! Killen! Ja! Ja! Oh Gott! Zwei bitches down, wir holen. Zwei bitches down, wir holen. Oh, Alter, ich war grad komplett, komplett am Arsch. Oben noch. Ja! Ja! Ich seh nichts! Ich seh nichts wegen diesem scheiß Geländer! Bist du bad. Oh, ich weiß, wo er ist. Ja, genau da. Oh! Nein, er ist so tot. Er ist so tot. Ah, er ist so gut! Das war sehr schnell. Ja, er ist so gut, wie wir haben. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut, wie wir هذا. Es ist so gut. M passe ich so gut. Was ist denn los mit dir? Warum denn mit mir? Junge, hör mal auf so gut zu sein, ich fühl mich richtig schlecht. Drei, zwei, eins. Hast du das gesehen? Das ist ja abgezählt, Alter. Ab! Fuck you! Bitch, nein! Backbeat ist da noch. Ich bin durch Clamer gelaufen. 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 Ist das nicht ein Helm? Ne, das ist noch. Das ist noch. Pfff! Junge, ich erschreck mich bei so einer Kacke. Ich bin durch Clamer gelaufen. Bei mir! Wieso? Ich weiß halt auch nicht, wie du sowas nicht siehst. Da sind zwei Leute vor dir und du drehst dich um. Hä? Ja, weil da ein Loch in der Wand war. Nein! Junge, ich hab doch schon ausgeholt, Mann! Warum lässt ihr mich alle alleine mit drei Gegnern? Oh mein Gott! Haha, was passiert hier? Wuuuuh! 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 Noch jemand? Wuuuuh! 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 Alles tot, alles tot, alles tot! Alles tot, alles tot, alles tot! Warte, 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 warte! Alter, bin ich ein King, ey! Wuuuuh! Junge! Hallo! Hallo! Nein! Stopp! Au! Fünf Schaden! Ich bin tot! Warum? Nein! Ja, Rago, wenn du wüsstest, von wo ich gestorben bin, ne? Du hättest geheult! Oh! 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 Du warst doch hier irgendwo, oder nicht? Ich war hinter dir! Ich war links und um die Ecke weit! Ach, Mann! Junge! Hä? Hä? Hey, warum machst du das? Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ah, Mann! Ich bin so mit dem Kopf in dieser Treppe drin! Wie? 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 Nee, Alter! Komm, Mann! Das Spiel macht so keinen Spaß mehr, Alter! Das Spiel macht so keinen Spaß mehr, Alter! Ja! tang riizing auf richtigen solche Syncheuras estão auf Stadttd! Vielen Dank.